Von der Mauer wegbleiben! März 1945. Eine Militärstrafanstalt irgendwo zwischen Passau und Regensburg. Die Anstalt ist überfüllt. Politische Häftlinge neben Kriminellen. Ein unbedachtes Wort nur, eine Denunziation, wurde den einen zum Verhängnis. Die anderen sind Diebe, Plünderer, Totschläger. Manche haben Zuchtausstrafen bis zu fünf Jahren, andere lebenslänglich. Alle sind degradiert. Wehrunwürdig. Aber dieses Wort hat keine Gültigkeit mehr. Auch Gefängnisse und Zuchthäuser werden jetzt ausgekämmt. Wer noch ein Gewehr tragen kann, muss raus an die zusammenbrechende Front. Frag, was losgeht. Sag ihm, dass die Russen schon an der Oder sind. Und die Amis an der Eifel. Frag, was wir machen zur Vorführung. Und, mein Herr, ein bisschen Bewegung. Ein bisschen Hopp, 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 Hopp. Und raus mit dem Fallen. Stimmt. Die schließen schon auf. Vielleicht bin ich dabei. Dabei sein. Mensch, weißt du, was das heißt. Krieg ist kein geländiges Spiel. Zubel! Jansen! Jetzt schicken die Hunde uns tatsächlich noch raus. Können wir hierbleiben? Uns politische stellen die zum Schluss noch an die Wand. Spohr, Schmidt, Fleischer, Buchs, Wolf, Pempel, Westfall und die zwölf Mann aus dem Bunker. Raus den Töten! Ein bisschen Bewegung, ihr müden Säcke. Und steht! Die aufgerufenen Männer in die lange Tritte. Auslöschen! Hempel! Wo bleibt der Kerl? Richt euch! Anker die! Aus! Rechts! Ab! Hempel, streichen. Mache sofort Meldung. Übernehmen Sie das Kommando zum Klamottenfassen. Ohne Tritt! Marsch! Aufschließen da hinten! Sie sind's, Steinlein. Morgen, Leitern! Morgen! Ich hab Sie gar nicht gleich erkannt, wird immer schlimmer mit den Augen. Gibt's was Neues? Transport, la dame! Transport ist gut, schafft wieder Luft. Die Blindschleiche ist da. Wer? Leutnant Bleck. Wir nennen ihn so. Unter uns. Die Blindschleiche. Ausgezeichnet, genau. Genau. Ob man dem Bleck vielleicht den Transport anhält? Das wär' ne Idee. Der war doch noch nie dran. War überhaupt noch nicht draußen. Na, sehen Sie sich das an, dieser schlappe Sack. Der versaut mir die ganze Disziplin mit seinen Zivilistenmanieren. Bleck kriegt den Transport. Soll ich es ihm sagen? Nee. Das Ding verpasse ich ihm selber. Man verübt der Selbstmord in der Zelle durch Erhängen. Punkt. Gut. Verübt der Selbstmord in der Zelle durch Erhängen. Die Anschrift der Ehefrau finden Sie in den Strafakten. Guten Morgen, Frau Westphal. Morgen, Herr Bleck. Ah, Torstich. Ich hab' mich gesund schreiben lassen. Was, du willst raus? Ich seh' nämlich nicht gerade nach dem Heldentod, aber der Muff in diesem Loch steht mir bis hier. Ah, Bleck. Kommen Sie doch gleich mal rein zum Major. Ich? Ja. Was will denn der Alte von mir? Das wird Ihnen der Major schon selber erzählen. Kommen Sie. Leutnant Bleck. Da sind Sie ja. Also, mein Lieber, Sie sind der Einzige vom Stammpersonal, der das machen kann. Darf ich vielleicht erfahren, Herr Major, um was es sich handelt? Doch, es handelt sich um den Transport. 40 Strafgefangene zu einem Bewährungsbataillon. Befehl vom OKH. Ich soll den Transport... Das Bataillon 500 liegt zurzeit in der Eifel, in der Nähe von Bitburg. Sie fahren also über Regensburg, Ulm, Karlsruhe und dann hier etwa so hoch nach Norden. Herr Major, das... das ist ein Fronteinsatz. Ich bin AV nach U27. Nur in der Heimat zu verwenden. Wieso ist denn das Fronteinsatz? Sie sind ein paar Tage unterwegs, liefern die Burschen ab und kommen dann sofort wieder zurück. Der letzte Transport hatte 80 Prozent Ausfälle durch Tiefflieger. Außerdem möchte ich den Herrn Major darauf hinweisen, dass ich kaum etwas sehe. Ich bin halb blind. Das Kriegsgericht wird mich für jeden Flüchtigen verantwortlich machen. Bleck, Sie bekommen eine Verlustquote von 10 Prozent. Wenn Sie mit 35 oder, sagen wir mit, 32 Mann ans Ziel kommen, haben Sie Ihren Auftrag erfüllt. Außerdem kriegen Sie einen Feldwebel und zwei Unteroffiziere mit. Also, alles klar? Und wenn ich... Und wenn ich mich weigere? Machen wir es kurz. Das ist ein Befehl. Verstanden? Jawohl, Herr Major. Abstand halten! Na also... Abmarsch morgen früh, 6.30 Uhr. Die Waggons stehen schon auf dem Bahnhof. Haben Sie noch Wünsche, die das Begleitpersonal betreffen? Ich möchte Sie bitten, mir Feldwebel Steinlein mitzugeben. Ungern. Einer unserer besten Leute, aber bitte. Also kümmern Sie sich gleich um die Männer. Was ist denn? Verladen haben Sie mich da drin. Haben mir den Transport angehängt. Was, Ihnen? Das ist doch mein Todesurteil. Aber, Herr Bleck... Na, was denn sonst? Eine Woche Fahrt. Plötzlich gefangen. Ich komme doch nie an. Und Sie konnten nicht ablehnen? Befehl. Wenn ich mich weigere, dann hängen mir die Brüder einfach verarmen. Das tut mir leid. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe auch mal gar keinen Marschbefehl für Sie. Das glaube ich Ihnen gerne, aber das geht ja sehr rasch hier. Routine, Rockzock. Ja, leider. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Herr Bleck? Sie müssen doch noch packen. Das ist nicht viel. Und wann sollen Sie losfahren? Morgen früh um 6.30 Uhr. In Linie André Marais! Ab, der Land! Schließt! Riecht euch! Augen gerade aus! Rührt euch! Nie gedacht, so was nochmal zu tragen. So kommen wir wenigstens hier raus. Nur als Kanonenfutter. Aber nicht mit mir. Kommt nur drauf an, wer den Transport führt. Abteilung! Die Stadt! Der soll uns führen? Das ist eine Möglichkeit. Ich habe Sie angefordert, Steinlein. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Vielleicht ganz gut für mich, Herr Leutnant. Wieder mal ein bisschen Luftveränderung. Sie müssen mir helfen, Steinlein. Sie wissen meine Augen und... Keine Erfahrung. Das werden wir schon machen, Herr Leutnant. Wer kommt sonst noch mit? Unoffiziere! Sie sind vom Block C. Kenne sich schon aus mit den Leuten. Beide verwundet er aber noch ganz brauchbar. Und Offizier Malmann. Und Offizier Briggs. Sie wissen ja, um was es sich handelt. Haben Sie sowas schon mal gemacht? Nein. Kann verdammt mulmig werden. Nun mal nicht gleich mies machen, Malmann. Herr Major kommt. Eintritt. Achtung! Na, Black? Den Männern schon ordentlich Zunder gegeben? Noch nicht, Herr Major. Ich bin ja... Ja, dann werde ich Ihnen mal zeigen, wie man sowas macht. Soldaten! Was ihr auch verbrochen habt. Das Vaterland ist bereit, eure Schuld zu streichen. Jetzt, in der Stunde der Entscheidung, könnt ihr euch an der Front bewähren. Morgen früh, mit dem Verlassen dieser Schlafanstalt, seid ihr wieder vollwertige Soldaten. Zeigt euch das Vertrauenswürdig, das in euch gesetzt wird. Heil, Soldaten! Heil, Major! Sehen Sie, Black, man muss die Leute nur richtig anpacken. Natürlich ist ihr Transport nichts anderes, als ein Zuchthaus auf Rädern. Ständig eine Kandara halten, die Verbrecher verstanden. Herr Major, Sie haben eben gesagt, ab morgen sind das vollwertige Soldaten. Na und? Die werden bewaffnet? Sagen Sie mal, sind Sie wirklich so naiv? Selbstverständlich bleiben Waffen und Munition unter Verschluss. Eiserne Faust zeigen! Ist das klar? Jawohl, Herr Major. Na, Sie werden es schon machen, also bis morgen früh, dann. Herr Leutnant, wollen Sie nicht ein paar Worte zu den Leuten sagen? Ja, Herr Leutnant. Ja, ich... Ja, ich... Vielen Dank. Weggetreten. Herr Blick? Entschuldigen Sie, wenn ich Sie so spät noch störe. Ja, aber bitte kommen Sie doch herein. Danke. Wir fahren ja schon sehr früh morgen, sonst hätte ich Ihnen den Schlüssel auf die Schreibstube gebracht. Was für ein Schlüssel? Ist alles ein bisschen eng hier. Seit dem Tod meiner Mutter habe ich die anderen Zimmer vermietet, deshalb steht ja auch so viel rum. Stört Sie das Radio? Ich lasse Sie mal laufen, wegen Fliegeranlagen. Oh nein, nein, bitte. Aber bitte legen Sie doch ab. Was für ein Schlüssel, sagten Sie? Ach ja, richtig. Ich habe nämlich noch eine Kiste auf meinem Zimmer in der Stadt mit ein paar Privatsachen. Vielleicht könnten Sie sich darum kümmern, wenn irgendetwas passieren würde. Was soll denn passieren? Die anderen Transportoffiziere sind doch auch alle... Ja, bis auf den Oberleutnant vor 14 Tagen eine Tiefflieger erwischen. Trinken Sie eine Tasse Kaffee mit? Oh ja, gerne. Ich habe nämlich sonst niemanden, den ich darum bitten könnte. Hier ist der Schlüssel. Gut, ich hebe ihn auf die paar Tage. Wann sehen Sie mich denn so an? Wie lange sind Sie eigentlich schon bei uns auf der Schreibstube? Eineinhalb Jahre. Ja, ja, richtig. Ich war ein halbes Jahr da, als sie kam. Habe sie in der ganzen Zeit niemals richtig angesehen. Wo so viele Männer rumlaufen, das ist mir ganz lieb, wenn man mich ein bisschen übersieht. Nein, nein, das liegt an meinen Augen. Ist eigentlich unglaublich, dass der Major Sie wegschickt. Na ja, mag mich nicht. Findet mich schlapp. Schlechter Soldat. Finden Sie das so schlimm? Na ja, ein bisschen komisch, kommt man sich schon vor. Im ganzen Krieg macht keinen scharfen Schuss gehört. Immer noch in der Garnison und hier ist man da auch nichts anderes als ein besserer Polizist. Ich hätte sonst in eine Munitionsfabrik gemusst. Wäre vielleicht besser gewesen. Wieso? Die Akten, die ich bei uns immer lesen muss. Die Urteile. Finden Sie das alles richtig? Nein, nein, aber es ist Krieg, es ist, es muss einfach hart durchgegriffen werden. Das glauben Sie doch selbst nicht. Sehen Sie, sehen Sie mit meiner Kurzsichtigkeit, das ist ja nicht das Schlimmste. Kurzsichtig sind viele Menschen, aber bei mir, bei mir ist das etwas anderes. Das ist eine reine Nervensache. Ich hatte das als Kind schon. Fing im Waisenhaus, da fing es an. Immer wenn ich in eine schwierige Situation komme oder wenn ich erschrecke, dann sehe ich überhaupt nichts mehr, dann wird alles unscharf, dann verschwimmt alles von meinen Augen. Vielleicht wollen Sie alles nicht so genau sehen. Ja, vielleicht. Wahrscheinlich haben Sie recht. Ich bin wohl zu feige. Ach, Unsinn. Sie sind einfach zu anständig für diesen Dienstag. Ich habe ihn mir nicht ausgesucht. Und danach werden mich meine Gefangenen jetzt nicht fragen. Sie werden die erste Gelegenheit wahrnehmen, um mir den Schädel einzuschlagen. Sagen Sie doch sowas nicht. Sie werden zurückkommen. Das ist nett, dass Sie das klauen. Vielleicht ist auch ein bisschen Egoismus dabei. Achtung, Achtung. Wir geben eine Luftlagemeldung. Starke feindliche Bomberverbände im Raum Hannover-Braunschweig mit Kurs auf Südwest. Ich wiederhole. Starke feindliche Bomberverbände im Raum Hannover-Braunschweig mit Kurs auf Südwest. Das kann ja eine hübsche Reise werden. Ach, Sie schaffen das schon. Eigentlich bin ich auch deshalb gekommen. Ich hatte gehofft, dass Sie mir ein bisschen Mut machen darf. Ausgerechnet ich. Dabei habe ich im letzten Jahr selber oft einen Menschen nötig gehabt, der mir ein bisschen hilft. Naja. Also, wenn ich zurück bin, dann sehen wir uns öfter. Jetzt muss ich aber wirklich gehen. Ach, bleiben Sie doch noch, bitte. Störe ich Sie auch wirklich nicht? Eigentlich kein Wunder, dass Sie mich nie beachtet haben. Jetzt hat in der Stadt auch der letzte Friseur geschlossen. Alles, was ein bisschen hübsch macht. Nicht mal Lippenstift gibt's. Sie gefallen mir aber auch so sehr gut. Wie lange soll das eigentlich noch dauern? Mit dem Krieg, meine ich. Ich denke, im Sommer spätestens ist Schluss. Höchste Zeit. Sonst sind die schönsten Jahre vorbei. Die schönsten Jahre eines Mannes sind der Soldat sein und der Krieg, sagt Major Krugstein. Ach, der. Dabei müsste ich ihm eigentlich dankbar sein. Wofür? Wenn er Sie nicht zu dem Transport kommandiert hätte, dann wären Sie doch nie zu mir gekommen. Sie freuen sich wirklich, dass ich da bin? Sagen Sie mal, werden Sie später wieder in der Schule unterrichten? Woher wissen Sie das? Ich sitze ja schließlich auf der Schreibstube. Da habe ich Ihren Lebenslauf gelesen. Ich bin möglichst schnell wieder zurück. Und dann warten wir hier ab, bis alles vorbei ist. Ab der Laufel. Liegestanden. In den Fleckrech. Versch! Oder halten! Die links zu machen! Los, rechts ran! Herr, Herren! Der erste Waggon hier ist für Euch! Stroh- und Brennmaterial ist drin! In den Waggon wegtreten! Transportkommando 40-500, vorschriftsmäßig verladen. Danke. Munition und Verplegung sind da. Mein Mann, Briggs, kümmern Sie sich darum. Was kriegen wir denn an Waffen mit? 40 Karabiner, das ist 600 Schuss Munition und die Seitengewehr. Waffen- und Verpflegung übernommen und verladen. Verpflegungssatz 2. Satz 4, Herr Leutnant. Wir sind doch im Frontkommando. Gilt leider nicht für Gefangenentransport, Herr Leutnant. So. Kulldampf schieben sollen die auch noch. Na dann, gute Nacht. Wir fahren vor Plan. Wir müssen vor Durchfahrt D312 auf die andere Seite rüber. Wie lange brauchen Sie noch? Wir sind fertig. Dann kann es ja losgehen. Na. Steigen wir mal ein. Gute Reise, Briggs. Wollte dich noch mal sehen. Wer hätte denn das eingebrockt? Befehl vom Major. Und mit D3 Mann willst du die Jungs beieinander halten? Kompanie-Feld-Gendarmerie wäre mir auch lieber gewesen. Ach, äh. Du meinst, ich komme gar nicht wieder. Beerdigung erster Klasse, was? Ich hau nämlich auch ab. Morgen. Marschbefehl schon in der Tasche. Also, alles Gute. Ich drück die Daumen. Danke. Fertig, Herr Leutnant. Dir auch alles Gute. Gut. Es wird gleich warm werden, Herr Leutnant. Wo haben Sie eigentlich die Kohlen für die beiden Waggons organisiert? Von der Bahnverwaltung, denke ich. Wir haben den Kenukka rausgerückt. Aber wir laufen fünf Cent aus dem Offizierscasino. Die Herren können ruhig paar Tage einen kalten Arsch haben. Na, wenn das rauskommt. Rix. Sagen Sie mal, können Sie eigentlich schießen? Ich meine, mit der einen Hand? Ich schieße, Herr Leutnant. Auch Treffen. Alles nur Übungssache. Na schön. Können Sie sich das mal anstellen? Römisch 3, bei jedem Halt dürfen die Gefangenen zum Empfang warmer Getränke oder zur Verrichtung ihrer Notdurft nur einzeln und unter Bewachung bewaffneter Posten den Waggon verlassen. Bei jedem Fluchtversuch wird sofort ohne Anruf von der Schusswaffe gebraucht. Wer hat sich denn das ausgedacht? Sicherheitsvorschriften hat mir der Major noch zugesteckt. Rassen Sie mal auf, Steinlein. Römisch 4, Verhalten bei Fliegeralarm. Die Gefangenen bleiben auf jeden Fall in dem Waggon. Ausfälle sind besser als Flucht. Das macht mir die Leute doch noch rebellischer. Das gefällt mir gar nicht, Steinlein. Was halten Sie denn davon? Man müsste die Leute möglichst beschäftigen, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Genau. Genau. Sonst sind wir keine Minute sicher vor denen. Es muss keine Freiheiten geben. Ein paar von den Leuten, besonders die intelligenteren, muss man als Stabshelfer in den Waggon herüberholen. Hier schon, damit die anderen sehen, dass es auch Vergünstigungen gibt. Und dann brauchen wir vor allen Dingen Zigaretten, Schokolade und bessere Verpflegung. Um den ganzen Haufen irgendwie bei Stimmung zu halten. Sonst wären wir mit denen überhaupt nicht fertig. Ja. Jawohl. Jawohl, genauso müssen wir das machen. Los, fertig. Röm. Hör dir doch! Hör dir doch! Dann glaub ich, du Scheiße! Ja, ja. Schau dir doch. Als sage ich euch, so wie der Erste hier in den Waggon kommt, reiß ich ihm die Knarre hoch und dann... Wenn sie uns wenigstens die Waffen gegeben hätten. Der Major hat doch gesagt, wir sind jetzt vollwertige Soldaten. Idiot, und das hast du mir glaubt. Was? Vollwertige Soldaten. Schieß wie alles. Nur zum Verröcken sind wir gut. Ich habe meine Uhr wieder. Wenn die mich festgenommen haben, damals hat sie mir einer abgerissen. Hatten wir noch ein Stück Brat da? Warte mal. Leider nicht. Nicht, Rat habe ich keinen. Und meinen Hausschlüssel habe ich zurückgekriegt. Wenn man jetzt wegkommt. Nichts wie Ab nach Haus. Nichts mal ein Messer haben, Mann. Die machen wir doch auch so fertig. 40 gegen 4. Totschlagen ist immer gut. Komm, verpiss dich, du Ratte. Nur nicht so lange warten, verstehst du, Schramm? Gleich beim ersten Halt. Ja, aber nicht auf dem Bahnhof. Nur auf freier Strecke. Wenn die nebenan ein MG haben, reißen wir das auch noch unter Nagel. Vor allem die Soldbücher, die sind am wichtigsten. Ohne Soldbücher kommen wir nicht weit. Meine Schwester in Bremen, die verstecken mich auch ohne Soldbuch. Drei Jahre lang habe ich auf diesen Augenblick gewartet. Jetzt werde ich's denen zeigen. Am besten gleich beim ersten Verpflegungsempfang. Sag mal, du warst doch Leutnanten. Was geht denn dich das an? Weil du wahrscheinlich auf der Kriegsschule beim taktischen Unterricht geschlafen hast. Am ersten Tag und an der ersten Nacht schon ausbrechen. Hier! Ihr werdet abgeschossen wie die Hasen. Und wer von euch wegkommt, der sitzt zwölf Stunden später wieder im Knast. Stimmt, hast du recht. Wir müssen den Quatsch ja eine Weile mitmachen, bis ein günstiger Augenblick kommt. Je näher an der Front, umso besser. Dann ist es zu spät. Aber Quatsch, du Hammel, das ist die einzige Chance. Du bist politischer, was? Halt's Maul. Ich will nicht noch in der letzten Minute draufgehen. Mit vergangenen zwölf Jahren fünf im KZ und vier im Gefängnis. Ich habe warten gelernt. Nee, bei mir ist Sense. Jetzt kurzer Prozess mit der ganzen Bande. Stimmt. Er hat auch recht. Ihr wollt den Leutnant und die Unterfiziere umbringen? Ja, umbringen und vierteilen. Geht wohl lieber deinen Grip, Sir Pimpf. Wie kommt sie überhaupt in den Knast, du junger Spund? Drei Jahre habe ich gekriegt. Wie ich Urlaub hatte, ist meine Mutter krank geworden. Da bin ich drei Tage länger geblieben. Entfernung von der Truppe haben sie gleich gesagt, aber ich wollte ja gar nicht desertieren oder sowas. Und am zweiten Tag habe ich überhaupt noch den Zug verpasst. Dafür hast du den Zug hier aber prima geschnappt, Kleiner. Du musst bloß aufpassen, dass du auch rechtzeitig wieder aussteigst. Was ist denn da los? Der Spontentreffer. Jetzt fängt die Schweinerei schon wieder an. Eisenbahn auf der Strecke. Der Lokführer steigt eben ab. Nehmen Sie doch mal nach, was los ist. Wie lange wird es denn dauern? Tja, wir haben ja noch mal Dusel gehabt. Drüben, das Umgehungsgleis. Haben sie total zerwichst. Scheiße. Ja, aber zwei Stunden wird es dauern. Na, hoffentlich kommt in der Zeit kein neuer Segen von oben. Flaches Gelände, ein bisschen Wald. Aber dahinter eine größere Stadt. Ja, das wird Ulm sein. Ausgeschlossen, so weit sind wir noch nicht. Zu der Zeit gab es in der Zelle immer die Suppe. Verdammt noch mal, die müssen uns doch endlich was zu fressen bringen. Irrtum. Die fressen unsere Portionen noch mit. Verschweren müssen wir uns beim Leutnant. Bei den Brillen, Heini? Die halbe Portion traut sich doch hier nicht rein. Hört mal zu, Männer. Wir haben ja einen kurzen Aufenthalt, Gleisschaden. Vielleicht kriegen wir auch mal was von Tieffliegern aufs Dach. Aber alles wird halb so schlimm werden, wenn ihr euch diszipliniert verhaltet. Verstanden? So, und wer jetzt mal raus muss, immer gruppenweise zu zehn Mann. Und was ist mit der Verpflegung? Verpflegung wird auch rausgegeben. Da wird ja auch Zeit. Dazu ist noch was zu sagen. Die Gefängnisleitung hat euch nur Klasse 4 in Verpflegung ausgeschrieben. Aber ich werde mich dafür einsetzen, dass ihr Klasse 1 bekommt. Und auch Zigaretten und so weiter. Zigaretten. Und noch was. Ich brauche einen Mann von euch als Schreiber. Hier, ich. Schütze Lohmann. Früherer Dienstgrad? Kapitänleutnant. Bestraft mit? Sechs Jahre im Gefängnis. Ist vielleicht jemand als Sanitäter ausgebildet? Ja, hier. Schütze, Papa. Quatsch, Mensch, sag doch das durch. Du bist der Doktor bist. Sie sind Arzt? Ja. Kommen Sie auch mit rüber. Und dann brauche ich noch einen Koch. Richtig, Herr Leiter. Schütze Wörbel Josef aus Breslau. Ich bin gelernter Koch. Ich habe schon in den ersten Häusern gearbeitet. Herr Leiter, werden bestimmt mit mir zufrieden sein. Na schön, probieren wir es mal. Und dann brauche ich noch einen Melder. Hier. Funker Fleischer. Beruf? Technischer Zeichner. Was haben Sie? Wehrpassfälschern. Und Lebensmittelkarten. Wie viel? Auch so ein paar Tausend werden schon gewesen sein. Nein, nein, ich meine... Ich meine, wie viele Jahre? Ach so. Zehn Jahre Z. Aber noch nicht rechtskräftig. In Ordnung. Los, die ersten Zehen raustreten. Die an den Balkon stellen. Kein Schritt weiter. Reihe bilden. Beeilung, ihr Hirten. Wegen Türmen. Versuch's doch mal. Du hast es im letzten Mal gepinkelt. Erst will ich mal sehen, ob er wirklich Zigarettenrand schafft. Was ist denn das für ein Blödsinn? Kann man das Gitter nicht wegmachen? Jetzt spielt er sich auf. Als ob da einer durchkäme. Ist jemand da, der sowas kann? Der Kettenschale. Kettenschale. Was ist los? Können Sie das entfernen? Das Ding da? Jetzt zeig mal, was du kannst. Mensch, es ist ja eine Wucht. Was sind Sie eigentlich vom Beruf? Ich war früher mal im Zirkus. Kettensprenger. Wie heißen Sie denn wirklich? Schütze Brett. Karl Brett. Und was haben Sie... Was haben Sie verbrochen? Ich war Bankfachmann. Leutnant. Aber nur mit Urlaubschein. Die nächsten zehn. Los und runter. Bitte schneller. Los, vereidung. Los, rauf. Das Strohle ist wie euch. Ihr haut euch da hinten in die Ecke. Wir haben doch Pritschen. Ja, und? Na also. Herr Doktor, geben Sie mal an, was Sie alles so brauchen, an Verbandsmaterial und so. Sie lassen sich vom Fellbebelfapier umleicht entgehen. Kommen Sie. Alles wieder im verschlossenen Vorgon, Herr Leutnant. Sie sind Chirurg? Ja. Wie kommen Sie denn dann zu dem Haufen? Paragraf 218. Abtreibung? Ja, ich war Stabsarzt. Eine Nachrichtenhefterin, ich kannte sie nicht einmal. Aber ich hielt es für notwendig. So, und dann machen Sie eine saubere Liste. Verstanden? Jawohl, Herr Fertel. Jetzt haben wir 30 Jahre Zuchthaus in unserem Vorgon. Wenn das mal gut geht. Wenn ich meint, dann schmeiße ich eine Nebelhandgranate. Damit hat sie es. Und warum sind Sie dabei? Ich hatte eine Kommandantur, oben in Holland. Kleines Fischernest. Und die Fische, wissen Sie, die haben sich noch mal nicht um den Krieg gekümmert. Die Holländer wollten verdienen und ich verstehe ein bisschen was vom Geschäft. Ich bin Konservenfabrikant. Dann hat es mir wohl übel genommen, dass ich bei dem Handel zu fett wurde. Also ich erwarte, dass hier alles klappt. Und wenn Dummheiten gemacht werden, dann wird geschossen, das wissen Sie. Das dauert hier noch lange, Herr Leutnant. Ich werde versuchen, in der Zwischenzeit bessere Verpflegung für die zu organisieren. Ich finde den Leutnant gar nicht so übel. Nur weil er hier drin war, ein Gedicht aufgesagt hat, hm? Hör mal zu, mein Junge. In ein paar Monaten, ach was, in ein paar Wochen ist der Krieg aus. Verloren. Endgültig. Wenn wir jetzt zum Strafbataillon 500 kommen, weißt du, was das heißt? Schon ein paar Stunden später sind wir vorne in der HKL, liegen in irgendeinem Schützenloch und müssen hinhalten. Liegen im Schützenloch. Hast du eine Ahnung? Krepieren werden wir. Und das weiß der Leutnant genauso gut wie wir. Und trotzdem wird er seinen Befehl ausführen, ganz stur. Und du findest ihn gar nicht so übel. Ein Tippfehler? Aber das glauben Sie wohl selbst nicht, Herr. Wie war doch Ihr Name? Bleck. Herr Bleck. Ja, es tut mir wirklich furchtbar leid, aber mehr als Verpflegungsklasse 4 steht Ihnen leider nicht zu. Onkel Liebel hilft, wo er kann. Onkel Liebel lässt sich was einfallen, aber hier, in diesem Fall, kann er gar nichts machen. Ich bitte Sie, Herr Liebel. Ich bitte Sie, verstehen Sie doch meine Situation. Strafgefangener. Es ist wirklich sehr anerkennenswert von Ihnen, dass Sie so menschliches Verständnis zeigen, aber... Aber Herr Liebel, Herr Liebel, darum geht es doch gar nicht. Man hat mir zwei Unteroffiziere mitgegeben, beides sind Krüppel. Ich selber sehe fast nichts. Wie soll ich denn die Leute zusammenhalten? Wenn die was zu rauchen haben, ein bisschen bessere Verpflegung, dann bleiben die mir doch bei der Stange. Ach so. Ich verstehe. Es tut mir wirklich sehr leid, Herr Bleck, aber ich habe meine Vorschriften. Ich bitte Sie, Herr Liebel, ich bitte Sie, mehr als vier Mann dürfen wir nicht ausreißen. Fluchtquote 10 Prozent, sonst komme ich vor ein Kriegsgericht. Herr Liebel, möchten Sie in einem Gefängnis sitzen? Ich? Nee. Liebels Würstchen sind die Besten. Ein vorbestraften Direktor kann sich meine Firma nicht leisten. Nach dem Endsieg, meine ich. Ich bin leider nur Lehrer. Was denn? Lehrer sind Sie? Ein Arschpauker? Mann, das habe ich mir ja immer gewünscht, einen Lehrer zu erpressen. Also hören Sie zu, Herr Bleck, Sie bekommen von mir, was Sie haben wollen. Onkel Liebel hilft. Onkel Liebel hat noch alte Bestände. Aber wenn Ihnen je ein Schüler namens Liebel unterkommt, der wird immer versetzt verstanden, der bleibt nie sitzen. Niemals, das verspreche ich Ihnen. Sonst wäre Ihnen. Also, Verpflegungsplasse 1, Fleischkonserven, Butter, Zigaretten, Schokolade. Herr Rösler, Herr Liebe, bitte einpacken. Ich habe auch noch eine Liste für Medikamente und Verbandszeugen. Dafür ist der Stabsarzt zuständig. Ich rufe Ihnen gleich an. Aber, wenn Sie noch eine hübsche Krankenschwester mitnehmen wollen, das ist leider nicht drin. Die hat nämlich der Stabsarzt selber gerne. Danke Ihnen, Herr Liebel. Und nicht vergessen, Liebels Würstchen sind die Besten. Ich weiß. Ah ja, da habe ich sowas nicht mehr in der Hand gehabt. Hoffentlich brauchen wir das Ding erst gar nicht. Herr Stein, was sagen die Männer? Die? Der Mann ist jetzt Weihnachten. Meine erste Zigarette seit einem Jahr. Zehn Stück gibt es jeden Tag. Der ist prima, der Leutnant. Gib mir deine Zigaretten. Kriegst mal eine Schokolade. Hau ab. Wer tauscht Schokolade gegen Zigaretten? Für mich kann jetzt die Welt untergehen. Dann vorhin hast du noch gesagt, du wirst es dem Leutnant als über den Schädel hauen. Mir ganz egal. Hauptsache, der Mann schafft was zu fressen ran und wir haben zu rauchen. Jetzt noch nicht voller Schnaps. Ihr seid das richtige Schlachtvieh. Ihr könnt nur fressen, fressen, saufen und verrecken. Aber denken, denken könnt ihr nicht. Ja, das ist sie. Frühjahr 40 haben wir geheiratet. Und ich Rindfee haben noch ein neues Schlafzimmer gekauft. Birke poliert. Ich möchte verdammt gern wissen, mit wem sie jetzt da drin pennt. Mensch, ist die gebaut. Zeig mal her. Finger weg, du Schwein. Was ist denn das für einer? Spura. Eine ganz üble Nummer. Kameradendiebschal. Hat sogar Verwundete beklaut. Scheißkerl. Sowas müsst ihr gleich die Rübe abkriegen. Und als sie rauskriegten, dass ich Rotfront bin, hatte ich gleich vier Monate Einzelhaft weg als Politischer. Und wenn du es so nimmst, bin ich auch Politischer. Dir fehlt Verweigerung. Nur weil ich ein anständiger Mensch bleiben wollte. Bei mir war es ein Witz. Auf dem Casinoabend, den der Oberste die falsche Kehle gekriegt hat. Schon war ich dran. Selbst aus der Abtreibung von unserem Doktor haben sie doch ein politisches Verbrechen gemacht. Unseren Doktor, sagst du? Weißt du, ob der überhaupt noch unser Doktor ist? Wie meinst du denn das? Vielleicht hat der uns drüben schon längst an den Leutnant verkauft. Ebenso die anderen drei. Quatsch. Die Jungs sind alle in Ordnung. Die bleiben drüben schon am Ball und hören, was los ist. Der Fleischer schnippelt schon an den falschen Stempel. Für die Soldbücher. Stimmt. Dann können wir den passenden Marschbefehl uns selbst reinschreiben. Stempel drunter, der Lack ist fertig. Die Fälscher, Andammerich, können uns am Arsch nehmen. Psst, Messer. Der Leutnant, die Suppe ist gleich fertig. Der Leutnant, was probieren wollen? Na, hoffentlich hast du uns da auch kein Rattengift reingetan, du Ollagernore, ne? Ja, und, was denken Sie von Josef Wirbel? Ich bin doch kein Krimineller. Für Abhören vom Feindsender habe ich meine zehn Jahre gekriegt. Wegen Rattengift. Wahnsinnig! Kieslinger! Herbos! Raus! Herbos! Passen Sie die Männer raus! Wieder Kieslinger von eben! Raus! 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 Und weg! Weg! Volle Dicht! Weg, Kommandant! Weg! Weg, komm! Jetzt hängen wir ab. Komm runter! Weg! Steh rum! Ab, unter Kieger! Gold weg! Herr Landern, hierher! Er ist bei Ihnen! Herr Leuchner! Ah, Scheiße! Aufmarsch, Marsch! Unter die Birke! Los, lauf! Los, an die Mauer! Los, ran, ran! Los, auf, auf! Hier, weg! Los, weg, 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 weg! Und zurück! Schade, geht doch an an die Mauer! Los, weg! Zurück! Zurück, zurück, zurück! Die kommen wieder! Die schießen, bis die Lok um einmal ist! Nibelkerzen unter die Lok! Dann denken die, sie haben sie schon erwischt! Reutner! Der junge Karp ist tot! Steinlein! Hierbleiben! Steinlein! Ah! Ah! Steinlein! Steinlein! Vorsichtig! Steinlein! Er lebt! Ins nächste Lazarett, so schnell wie möglich! Er lebt! Ins nächste Lazarett, so schnell wie möglich! Herkommen! Ein paar Benner! Der Feldwebel ist hin. Jetzt machen wir den Leutnant fertig. Steinlein! Steinlein, hören Sie mich! Fass mit an, bring den zu mir in den Waggon. Aber vorsichtig. Du blöder Hund! Haben wir doch gesagt, den brauchen wir noch! Ist die Lok in Ordnung? Scheint so. Wir müssen weiter mit den Schwerverwundeten. Der vierte Fliegerangriff in einer Woche. Fahren wir weiter. Ja, Chaos. Aber vorsichtig. Fünf Tote, sieben Verwundete, Herr Leutnant. Die, die Türmen wollten, sind alle hin. Die Toten sind im Packwagen. Und ihr, runter jetzt. Zurück in euren Waggon. Alles richtig, Herr. Die Türmen *** Wir haben Tod und Schwert vorunter dem Waggon. Wir brauchen dringend einen Sanker. Telefonieren Sie sofort. Ich brauche einen oder zwei Krankenwagen. Es geht um Minuten. Ja, sofort. Ihr werdet ausgeladen. Eure Soldbücher bekommt ihr mit. Herr Leutnant, laden Sie bitte die Toten aus dem Parkwagen. Der Wagen wird ausrangiert. Rix, nehmen Sie sich sechs Männer von nebenan. Jawohl. Der Sanker kommt gleich. Glauben Sie, dass Steinlein durchkommt? Er muss sofort ins Landshort. Die werden Sie schon wieder zurechtfliegen, Steinlein. Hoffentlich. Sie haben mir den Haufen bisher immer zusammengehalten, Steinlein. Sie werden mir sehr fehlen. Das kann also genauso verlaten und wie ich. Nur durchhalten. Ich musste Sie doch anfordern, Steinlein. Es blieb mir doch gar nichts anderes übrig. Verstehen Sie, Steinlein? Steinlein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wald, mitten im Wald. Lose, Lose, kommen Sie schon. Ich bin doch der Leutnant mit den Zuchthäuslern. Transportkommando 500. Ja, ich bin telefonisch informiert, dass Sie hier durchkommen. Sie müssen sofort eingreifen. Ich hab hier ein Heeresdepot, nebenan Fremdarbeiter. Werden aufsässig die Brüder. Potenzielle Plünderer. Sie haben schon geplündert? Naja, aber Sie werden, wenn nicht sofort ein Exempel statuiert wird. Eigentlich sollte das ein Haufen vom Ersatzbataillon machen, aber die können nicht so rasch durchkommen, dass irgendwo eine Brücke ingesprengt worden. Ich verstehe nicht. Und was soll ich? Da fragen Sie noch. Wir Fremdarbeiter schießen, Dutzend rausgreifen an die Wand stellen, bevor die ganze Bande des Zepots stürmt. Ich habe nicht genug Leute, ich bin völlig ungeschätzt. Herr Major, ich bin jahrelang im Militärstrafvollzug. Ohne rechtskräftige Urteile kann ich niemanden da schießen. Was ist denn so verrückt geworden? Was soll ich denn so schnell Urteile herkriegen? Ich habe gerade mit dem Gauleiter gesprochen, Befehl vom Reichsverteidigungskommissar, es wird dazwischen gehalten und aus. Fertig, lassen sich Ihre Leute antreten. Was will der von uns? Ruhig, er hat was vom Erschießen gesagt. Wegen uns? Ich höre was von Fremdarbeitern. Ich bedauere, meine Leute haben keine Waffen, Herr Major. Was, Sie führen keine Waffen mit? Nur unter Verschluss. Verschluss ist aufgehoben, Befehl von mir. Verstanden? Oder wollen Sie für das Kriegsgericht? Wegen Befehlsverweigerung. Ich lasse antreten, Herr Major. Die Männer aus dem Waggon. Waffen und Munition ausgeben. Aber ich nicht. Ich kann nicht schießen, Herr Leutnant. Wieso? Ich denke, Sie können die... Ach so. Blumann. Die Kisten mit den Karabinern und die Munition. Na los, vorwärts! Jawoll, Herr Leutnant. Wenn wir das mitmachen, dann sind wir genauso Geschweine. Keiner kann uns zwingen. Lass die erst mal Munition verteilen. Alles raustreten! Umgeschnallt mit Stahlen. Hinter den Waggon antreten. Die ersten sechs Gewehr und Munition empfangen. Laden und sichern. Die sichern, habe ich gesagt. Und Gewehr ab! Herr Leutnant! Die Meutern! Was ist hier los? Herr Leutnant! Wir wissen, warum wir Waffen und Munition empfangen haben. Rechnen Sie nicht mit uns. Ich weigere mich. Wir alle, wir weigern uns hier auf Zivilisten zu schießen. Warum sagen gerade Sie das? Ich habe schon einmal einen solchen Erschießungsbefehl verweigert, Herr Leutnant. Ihr letzter Dienstgrad? Leutnant. Leutnant. Panzerdivision. Überlassen Sie solche Entscheidungen mir. Wer hat schon Munition? Nur die ersten sechs Mann. Die ersten sechs einen Schritt vortreten. Die Wehr umhängen. Die Wehr umhängen. Die Wehr umhängen. schon nochisen. Nichts. Die Skitzen mit entfernen. Das sind keine hohen Veränderungen. Herr Major, ich führe Ihren Befehl nicht aus. Sie haben wohl vor, was? Sie wollen bei selbst an die Wand gestellt werden. Ich schieße nicht auf Zivilisten. Sind Sie verrückt geworden? Ich lasse Sie festnehmen, Wache! Wache! Was soll das? Wieso sind Sie? Haben Sie die Leute etwa bewaffnet? Auf Ihren Befehl, Herr Major. Sind Sie wahnsinnig. Hierher ist die Post 17. Herr Gablitz hier. Major Gablitz, bitte. Kommando, der Felschandarmerie unterwegs. Na, großartig. Ja, ich verstehe. Was soll also jede Minute hier sein? Wird auch höchste Zeit. Verbindlichsten Dank, Herr Ursleland. Sie sind sehr leutnant, es gibt immer eine Lösung. Felschandarmerie unterwegs, die übernehmen den Auftrag. Abgesehen davon, Zuchthäusler sind dafür wirklich nicht geeignet. Kaum, Herr Major. Dann darf ich mich verabschieden. Bitte. Gewehr umhängen. Links um, ohne Trittmarsch. Los, runter vom Wagen. Aufschließen. Tempo, Tempo, Tempo. Gehen Sie zu. Vor der Baracke antreten. Los. Bitte, Zeit. Hecht um. Gewehr auf. Tja, dazu sind wir kaum geeignet. Los, aufsteigen! Wir fahren weiter! Herr Leutnant, übernehmen Sie das Kommando in Ihrem Waggon und sorgen Sie für Disziplin. Jawohl. Herr Leutnant, die sechs haben noch Munition. Weiterfahren! Endlich wieder eine Knarre! Komm, lass die Finger davon! Schönes Gefühl, mal wieder so ein paar Schuss Munition. Dann sagt das nicht so laut. Was war denn überhaupt los? Was hat er denn gemacht, Herr Leutnant? Er hat sich geweigert. Wemma Johans Gesicht. Ja, aber dann ist ein Haufenfeld-Gendarmerie gekommen. Wir haben das übernommen. Diese Scheißkerle. Stimmt. Aber dafür kann der Leutnant nichts. Dem kann man reden. Wie kannst du den Arsch kriechen? Und wir? Was wird mit uns? Ihr müsst das entscheiden! Ihr habt euch wohl auch schon kaufen lassen von dem Leutnant. Wurde, verdammt noch mal! Damit ihr ganz klar seht, nichts hat sich geändert. In Frontnähe wird ausgebrochen. Und den Befehl dazu, den gebe ich. Und wer vorher Dummheiten macht, der kriegt's mit mir zu tun. Die legen uns doch um, Herr Leutnant. Sechs Karabiner mit 30 Schuss. Es gibt im Kriege verschiedene Möglichkeiten, um zu kommen. Die Frau zum Beispiel, die sie erschossen haben. Sie wollte noch weglaufen, um sich zu retten. Genau das ist es. Jeder will sich retten. Und was haben wir gemacht? Wir haben zugesehen, dabei gestanden und zugesehen. Das war alles. Was hätten wir denn sonst tun können? Sie nichts, Bricks. Mit ihrer Prothese. Mit einer Hand allein kann man gar nichts machen. Nein, ich nehme Ihnen das nicht übel. Herr Leutnant, haben den Befehl, den Transport an die Front zu bringen. Und wenn ich sie einfach laufen lasse? Die Leute einfach weglaufen lassen. Herr Leutnant, Befehl ist Befehl. Und Liebels Würstchen sind die Besten. Ich verstehe Sie nicht, Herr Leutnant. Ich habe mich nur eben an den einzigen vernünftigen Menschen erinnert, der mir bisher auf dieser Fahrt begegnet ist. Na ja, ich meine nur gegen einen Befehl. Da kann man doch nichts machen. Ob man uns das später einmal als Entschuldigung abnehmen wird. Das ist zum Kotzen. Vorher, da war es eine klare Sache. Abknallen die Brüder mit den gefälschten Marschbefehlen weg. Und jetzt, jetzt hast du so ein Ding in der Antir und... Ladehemmung? Dieser Leutnant. Was macht man bloß mit den Kerlen? Ja, Leutnant, hin, Leutnant, her! Als Sie die Frau umgelegt haben, hatte der vielleicht geholfen? Genauso wird er uns ausliefern, damit wir abgeknallt werden. Ich kenne den Zauber. Ich war schon mal bei 500. Auf die Minenfelder werden wir getrieben. Feuer von vorn und Feuer von hinten. Ich habe es erlebt, wie zwei volle Kompanien dabei draufgingen. Ich allein bin übrig geblieben. Weil ich einen Verrunkel am Hintern hatte an dem Tag. Mein Hintern hat mich gerettet. Aber dich, dich rettet nicht mal dein schlauer Kopf. Und du und du, ihr alle! Ihr lasst euch auch noch hinfahren zu der Treibjacht! Idioten! Jansen hat Recht, Schluss jetzt! Sechs Karabiner, die reichen. Beim nächsten Halt brechen wir aus. Einverstanden? Stimmt! Also wer ist dafür? Wir alle! Das ist egal. Auf dem Fronttransport. Schauen Sie mal nach, wo die Frontleitstelle ist. Jawohl, Herr Leutnant. Wir machen Lockwechsel, Herr Leutnant. Dauert es lange? Nein, wir haben am Schluss nur ein paar Wagen ausgewechselt. Klappchen! Hier ist noch ein paar Wagen... Nein, wir haben es noch immer. Das ist doch da? Das ist ein paar Wagen verrt. Dann muss ich noch vor. Das ist eine Wagen geben. Menschenskind-Tornstick Wie geht's denn, Black? Was macht dein Transport? Hat er einen tieflicher Angriff Tote und Verletzte Mahlmann ist verwundet Steinlein ist gefallen Tut mir leid Steinlein war ein prima Kerl Und sonst? Schaffst du's denn? Hoffe es Lebe ja noch Und du? Ich fahre an die Front Ich bin froh, dass ich den verdammten Gefängnis oben nicht mehr sehe 913, alles einsteigen Türen schließen Schade, so kurz Alles Gute, Black Ebenfalls Sag mal, wann bist du eigentlich abgefahren? Vorgestern, gleich nach dem Bombenangriff Was? Schwerer Bombenangriff Übrigens, unsere Sekretärin, die Westphal, von der Kommandantur Volltreffer aufs Haus War gleich tot Was? Wiedersehen, Black Herr Leutnant, die Frontleitstelle ist dort drüben Aber da gibt's nichts mehr, die verlegen schon Wer? Ich sagte, die verlegen schon Wir wollen ja nicht morgen akzeptieren. Na, wie wollt ihr denn hier abhauen? Du hast recht, überall sind die Kettenhunde. Abwarten, Jungs, abwarten. Wo ist die Frontleitstelle? Schon verlegt, Herr Leutnant. Ist nicht mehr. Und Verpflegung? Schon verladen. Und was ist das? Verpflegung, Herr Leutnant. Die vier Mann mit den Decken herkommen. Herr Leutnant. Ausladen! Herr Leutnant, darauf steht Zucht aus. Da kommen wir gerade her. ...nach Freiburg. Nur für Wehrmachtangehörige und Zivilisten mit abgestempelten Tatrausweisen. Auf Gleis 2. Langsam, langsam, meine Herrschaft. Nur nicht so drängeln, kommt ja jeder durch. Immer ruhig. Stempelfeld, zurück. Lassen Sie mich mitfahren, ich muss zu meiner Mutter. Zurück, sag ich, können Sie denn nicht gehören. Nein, ich geh nicht zurück. Lassen Sie mich durch, ich muss weg. Also, liebe Frau, nun gehen Sie doch nach Hause. Ich kann nicht mehr nach Hause, meinen Mann haben Sie umgebracht. Seien Sie doch still. Fassen Sie mich nicht an! Ach so ist das. Zeigen Sie Ihre Papiere, Ihren Ausweis. Werder seid ihr! Ihr habt meinen Mann umgebracht! Jetzt wie ein Hund! Im KZ erschlagen! Er war unschuldig! Nichts hat er getan! Unschuldig, Mann! Unschuldig, Mann! Weiter! Unschuldig! Ausweis! Die heime Staatspolizei, wie heißen Sie? Burkhard? Die Frau vom Bürgermeister Burkhard? Ja. Sie sind festgenommen, kommen Sie mit. Sonderkommando Einheit Bleck. Die Person wird von uns festgenommen. Was geht denn Sie das an? Die Frau untersteht unsere Gerichtsbarkeit. Kommen Sie mit. Sonderkommando Bleck? Sie gehört. Ruf sofort beim Stab an. Die Burkhard stehen im Fahndungsplatz. Ich sehe nach, wo die hingehen. Kommen Sie ganz ruhig. Es geschieht Ihnen nichts. Die Frau kommt mit, los! Vor allem, Herr Leutnant, wir fahren gleich ab. Rasch, die Männern in den Waggon! Kein Zweifel, Standartenführer. Helga Burkhard, die Frau von dem Bürgermeister. 20. Juli. Weiß ich nicht, Standartenführer. Wer macht? Ein Leutnant und Achtmann. Sonderkommando Bleck hat er gesagt. Der Burkhard, Standartenführer, wird sofort veranlasst. Selbstverständlich. Ende. Drüben, dem Gütersuch. Wenn die uns entwischen sind, sind wir geliefert. Komm noch mal! Nichts Station alarmieren, Fahndung ankurbeln! Wir sind vorhin einfach die Nerven durchgegangen. Gestern habe ich erfahren, dass mein Mann nicht mehr lebte. KZ. Auf der Flucht erschossen. Wie ein Verbrecher. Bitte könnte ich etwas zu trinken haben? Natürlich, sofort. Mögen Sie vielleicht etwas Schokolade? Bitte, wenn Sie etwas rauchen wollen. Danke, nein. Hier ist Tee. Danke. Was mache ich denn jetzt mit Ihnen? Wo fahren Sie überhaupt hin? An die Front. Das ist etwas an das, was davor noch übrig ist. Ich muss diese Männer beim Strafbataillon 500 abliefern. Ich habe schließlich einen Auftrag. Das ist ein Befehl. Ob man Ihnen das später als Entschuldigung abnehmen wird, oder? Wir kommen doch sicherlich noch in eine größere Stadt. Da können wir sie vielleicht absetzen. Gib mir mal den Kittel. Als Krankenschwester kontrolliert sie keinen Menschen. So bringen wir sie durch die Sperre. Das wird die einzige Möglichkeit sein. Ja, es soll angehalten werden. Befehl vom SD. Geben Sie weiter. Höchster Zug 6073. Sofort anhalten. SD verständigen. Dringen. Kann ich nicht mehr. Der Zug fährt gerade hier durch. Warum haben Sie mich eigentlich mitgenommen? Zwei Frauen sind mir in den letzten Tagen begegnet. Beide sind jetzt tot. Die eine ging mich gar nichts an. Eine Polin oder Russin, was weiß ich. Die wurde erschossen. Sie haben mir das Leben gerettet. Es wird hell. Wir werden uns auf einiges gefasst machen müssen. Der Alarm hat uns gerade noch gefehlt. Auf den LKW, Marsch, Marsch. Ein tolles Ding. Ein Fronttransport von 40 Gefangenen einer Wehrmachtstrafanstalt. Haben sich wahrscheinlich selbstständig gemacht, die Brüder. Und die Bewachung? Ach, längst abgeknallt. Und jetzt markiert einer der schweren Jungs den Anführer. So, jetzt gleich nach Rossbronn fahren. Links ab den ersten Weg zur Bahn. Und Tempo, ja? Jawohl, Oberleutnant. Eilung, los! Die haben gestern einen Major bedroht. Befehl verweigert. Und heute Nacht bei der Gestapo ein Ding gedreht. Eine Frau soll auch dabei gewesen sein. Komm, verlos die Karte. Wir haben uns ganz schön was eingehandelt, Herr Leutnant. Glauben Sie, dass sich die Gestapo das gefallen lässt? Sie hätten die Frau natürlich ausgeliefert. Ich will mit sowas nichts zu tun haben. Schlafen Sie noch Fleisch an? Was haben Sie denn da? Ein Stempel? Ach, nur so eine Spielerei, Herr Leutnant. Sonderkommando Einheit Bleck. Feldpost Nummer 50 500. Ach, Bricks. Schauen Sie sich das mal an. Hat der Himmelhund doch einen wundervollen Stempel gebastelt. So was hat mir doch schon immer gefehlt. Nee, Herr Leutnant. Mit einem gefälschten Stempel. Was heißt gefälsch? Stempel ist Stempel. Damit können wir jetzt ganz anders auftreten. Großartig haben Sie das gemacht. Fleisch an. Wirklich großartig. Sehen Sie doch mal nach, wo wir sind. Das Signal steht auf Halt. Sonst ist nichts zu sehen. Schwere Artillerie. Nee, Panzer und Pack. Kann nicht mehr bei Zellen. Höchstens 20 Kilometer. Aufmachen! 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 Machen Sie auf. Wirbel Lohmann Feischer, Verpflegung rüberbringen. Lohmann verlässt die Brücke. Endlich Luft. Mensch, die Front. Wir sind da. Ist die Frau noch nebenan? Du weißt Sorgen, Mensch. Hast du das Ding fertig? Jetzt futsch. Er hat sich vom Leutnant erwischen lassen. Jetzt hat er jeden Stempel. Idioter. Meldet sich keiner. Muss mal im Stellwerk fragen, warum wir halten müssen. Wo sind wir denn hier? Nicht weit von Rossbronn. Da sind wir jetzt. Und dort hinter der Brücke teilt sich die Strecke. Da müssen wir rechts weiterfahren nach Kanzenbach. Dort ist dann Schluss. Da wird ausgeladen. Müssen wir noch rangieren? Nee, die Weiche steht schon richtig. Seien Sie mal da vorne bei der Abzweigung. Da geht's wohl nach links überhaupt nicht weiter, wie? Nee, da stehen schon irgendwo die Amis. Die Strecke ist gar nicht mehr von uns besetzt. Gehen Sie mit dem Zugführer Brix. Ich löse Sie ab. Ich will wissen, warum die uns hier blockiert haben. Jawohl, mach ich. Da ist der Zug. Das hat alle geklappt mit der Blockierung. Na los, behält euch. Prima, der Auerwurst, Herr Leutnant. Das hätten die gestern bestimmt verschoben. Das gefällt mir gar nicht, dass wir hier so lange warten müssen. Mein Gott. Gestapo, die Männer vom Bahnhof. Wo? Da drüben im Wagen. Schnell verstecken. Da drüben im Schuh. Herr Leutnant, Gestapo. Stimmt. Die Bullen. Wie lange stehen Sie schon? Bald eine Viertelstunde. Sie fahren auf keinen Fall weiter, verstanden? Sie sind von uns blockiert worden. Guten Morgen, Herr Leutnant. Na, kein Dampf mehr auf der Lok. Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir schon einmal das Vergnügen. Das Vergnügen war wohl mir auf Ihrer Seite. Und womit kann ich Ihnen jetzt dienen? Los, hicken raus. Und die Karabiner mitnehmen. Wo ist Frau Bockert? Ach, das tut mir leid, Herr Leutnant. Da kommen Sie zu spät. Offensichtlich hat es der Inhaftierten bei uns nicht gefallen. Sie ist längst ausgestiegen. Ist ja sehr schade. Wollen Sie da mal Ihr Soldbuch zeigen, Herr Leutnant? Ich denke nicht daran. Dann müssen wir Sie festnehmen. Ach, vielleicht orientieren Sie sich erst mal, meine Herren. Nehmen Sie die Hände hoch! Sind Sie verrückt? Blumann! Entwaffen! Sie sind festgenommen, meine Herren. Das kostet Sie den Kopf. Hier kommen Sie nicht weg. In fünf Minuten ist ein Kommando hier, das Sie fertig macht. Vielen Dank für die Warnung. Frankel Schmidt! Bringt die beiden in den Stabswagon! Los, rein! Und bei Fluchtversuch knallt's! Los, hopp! So. Und jetzt wird's ernst. Alles herhören! Alle herkommen! Los, auch aus den Waggonen! Alle! Mit den Tod. Der? Ah! 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 Das war ruhig. Komm! Ich habe den Befehl, euch beim Bataillon 500 abzuliefern. Und ihr wollt abhauen. Von Anfang an wolltet ihr nichts anderes. Ich habe nichts mehr dagegen. Wenn getürmt wird, dann jetzt. Und ich gehe mit euch. Wir brechen mit dem Zug durch, soweit wir kommen. Verdammt! Da kommen sie schon! LKW hat einen Kübel. Krüger und Lippert. Die anderen Waggons abkoppeln. Charlie Jansen vor auf die Lok. Aber vorher die Weiche umstellen. Und wenn die Kerl auf der Lok nicht spuren, Karabiner ins Kreuz. Schramm! Ein Munitionskrast in den anderen Waggon. Munition ausgeben für alle. Los, fahr mal mit. Lass die Türen auf und nach beiden Seiten sichern. Los, ab! Ab in die Waggons! Aus mit dir! Und nun der Nächste! Verrückter Hund, wer soll denn ihr trauen? Na, ich will! Rangieren habe ich im Zirkus gelernt! Kicken, Charlie fährt alles! Komm, Mann, schau ab! Die fahren ja los! Da ich kaum annehme, dass sie uns auf dieser Fahrt begleiten wollen. Ich bitte! Ich wäre eigentlich gern dabei gewesen, wenn man sie aufhängt. Gerade das ist es, was ich gern vermeiden möchte. Los! Raus mit euch! Wo kann der Zug jetzt noch angehalten werden? Bahntechnisch geht's überhaupt nicht. Na, dann schnappen wir uns die Banditen auf dem Bahnübergang bei Kilometer 18. Los, die MGs fertig machen und den Karach wieder her! Na, na, na! Mensch, glotz nicht so dämlich! Heize! Ja, und wenn uns was entgegenkommt! Von daher kommt jetzt nichts mehr! Da vorne ist die Front! Hoffentlich sind wir weit von der Straße weg! Was war denn vorhin? Herr Leutnant! Wo ist denn Briggs? Vergessen! Ist auch besser so für ihn! Na los, ich liest hier rüber! Die Spore können sie aufsteigen! Der hat noch keine Munition! Ja! Sagst du jetzt zu unserem Leutnant! In Ordnung, der Junge! Kicken kann er nicht! Aber eine Nase hat er! Die ist goldrichtig! Da, der Zug! Jetzt kriegen wir ihn! Mehr Schwung, Junge! Die Kohlen müssen bis hinten hin! So! Ich brauche Dampf! Ach! Wir haben die Strecke irgendwo unterbrochen! Dann! Da kommen sie! Kein Schussfeld! Weiter zur nächsten Brücke! Da ist er wieder! Da ist er wieder! Los! Weiter! Los! Runter vom Mann! Sehr long! Los! Los! Runter! Charlie! Die rutschen uns die Bude voll! Feuer! Frei! So, schieß doch! Schieß doch! Da los! Feuer einstellen! Aufsetzen! Los! Bei Kilometer 18 kriegen wir ihn frontal! Die sind eher da! Los! Wie der Junge noch rennt, was? Ja! 70 Sachen haben wir doch! Besser als ein Loch im Kopf! Mensch! Warum gehst du Kaffer auch nicht in Deckung? MG, da! Einstellung! Herr Oberleutnant! Herr Oberleutnant! Der Zug hat 100 Meter Bremsweg! Wir schießen den ganzen Transport zusammen! Die dürfen nicht durch! Kommen Sie! Charlie! Brems, Charlie! Das schaffe ich nicht mehr! Verdammt noch mal! Wir müssen bremsen! Feuer frei! Auf Kessel schießen! Himmelarsch! Der haut ja durch! Er kommt nicht weit! Ich hab den Kessel erwischt! Weiter! Die rollen höchstens noch ein paar hundert Meter! Alles antreten! Wir verlieren Wasser! Und nun? Muss auslaufen lassen! Kein Druck mehr! Los Mensch, gib Gas! Da drüben! Die ganze Spitzen Amerikaner, Herr Oberleutnant! Scheißegal! Sind höchstens noch 300 Meter! Wenn wir um die Biegung rum sind, müssen wir sie sehen! Das ist der Kessel! Das ist der Kessel! Das ist der Kessel! Wir sind drüben! Werf die Karabiner weg! Lauf! Raus! 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 Herr Oberleutnant! Wir haben die Soldbücher vergessen! Aber die brauchen wir doch jetzt nicht mehr! Ihr müsst euch doch als Strafgefangene ausweisen! Gehen Sie los, Mensch! Ich helfe Ihnen! Sie sollen abhauen! Das ist ein Befehl! Gehen Sie! Die Befehl! Am Abend des 18. März 1945 erreichten 26 Mann und eine Frau im Raume von Malberg die amerikanischen Linien. Für sie war in dieser Stunde der Krieg zu Ende. Untertitelung des ZDF für funk, 2017